Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rambo 6 Siege. Wieder mit dabei, der Mr. Helm. Moin moin. Der Gabax. Jo, hallo Leute. Und der Onkel von Gamershack LP. Ja, Hallöchen. So, mal sehen. Neue Runde, neues Glück. Die erste lief ja durchwachsen, aber gegen Ende dann besser. Also was euch sicherlich allen schon aufgefallen sein müsste, ich bin ziemlich leise bei dem Spiel. Ich bin sowas von hochkonzentriert. Ja, man braucht schon so ein bisschen Konzentration für das Spiel. Auf jeden Fall. Also wie der gleiche Vorgehensweise Helm schreit, wenn er eine Wand aufhaben will. Durchbruch! Ich kenn die Web überhaupt nicht. Die ist ganz neu. Ich hab keinen klar, wo du hingehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren muss. Ah, hier ist eine Treppe. Die ist wirklich komplett neu. Die leckt aber noch gar nicht, ne? Leckt das bei euch auch? Nö. Nö. Ah, da hinten sind wir mal hingefahren. Weil ich vergesse auch immer, dass die Priorität auf der Bombe liegt. Ich will immer Menschen markieren. Nein, die Menschen sind zweitrangig. Muss man eigentlich zwingt X drücken oder reicht es einfach nur, die zu sehen? Nein, es reicht die Bombe zu sehen. X drücken muss nur die Leute. Okay, ich hab die Bombe. Sehr schön. Gut gemacht. Also ich glaube die Runde wird ein bisschen lecky für mich, weil der Server leckt ohne Ende gerade. Ich markiere die jetzt, weil ich sehe sie schön. Ey. Noch 10 Sekunden. Lass dir mal stehen, die Figuren. Hahaha. 5 Sekunden. Lass mal die Kamera schön bei der Bombe liegen. Ich auch. Ich hab sie in der Ecke gestellt. Ich hab die Kamera in der Ecke gestellt. Das sieht sehr gut aus. Oh, Alter, das ist so lecky. Und wo gehen wir denn jetzt ran? Ja, voll weit. Ehrlich? Mhm. Also ich kann gerne vorgehen. Ich hab ja hier mein Monsterschild. Das ganz normal. Ich hau hier auf. Bamm. Bitteschön. Wo ist denn mit dem Monsterschild? Ich bin schon. Gabax Vorsicht, ey. Du läufst da vor. Ein Teddy. So, wen haben wir noch dabei? Hat einer den Fuse dabei? Nein? Hab einen. Sind die hier rechts? Da war einer. Ich mach auf. Warte, ich würde... Egal. Warte, kann ich hier nicht mein Granatending reinsetzen? Das kannst du auch ge... Oh ja. Sorry. Im nächsten Raum ist das. Hier kannst du das dran sitzen. An die Tür. Gabax macht einen auf der Leingänge. Jetzt hier... Da sitzt du an der Ecke, sitzt an der Ecke. Könnt mich wieder aufheben, bitte? Fasten, ja? Nö. Das Ding ist, ich komm dann vorne weg. Die laufen alle an dir vorbei. Ach, warum? Wow, nein. Oh, tot. Oh Leute, was kommt hier? Wo ist die Wand geballert? Der hat meine Füße gesehen. Verdammt, Anfängerfehler. Ja, ich wollte erstmal... Ich hätte gerne erstmal den Helm aufgehoben. Das war das. Leck mich damals. Das war ich scheiße. Weiß gar nicht, wo's hier lang geht. Jetzt bin ich der einsame Wolf. Chris, wenn du aufheben willst, dann drückst du einfach F, um anstatt vorbeizugehen. Das wär gut. Ich hab nicht mal... Ach so, ja. Ich hab nicht realisiert, dass du leckst. Also bei mir leckt hier der Server ohne Ende. Ich hab keine Ahnung. Hier ist alles am rumzuppeln und rumzucken. Haben wir keine Dings mehr? Ach ne, dass das nur als Terrorist war. Ich kann ja hier markieren, warte einen Moment. Die Kamera hast du... Als Verteidiger hast du die Kamera. Muss ich denn langen? Weißt du das? Hier hoch oder wo? Ich hab den markiert. Da wo die Bombe ist. Ich hab den einen markiert da noch. Guck mal, da geradeaus ist die Bombe. Jetzt rechts abbiegen. Aber die hören dich natürlich. Du kannst die Stacheldraht weghauen. Wenn du den anguckst. Oh ja. Da ist er. Ich hab wieder einen. Ich hab wieder einen markiert. Alter, ich kann mich hier kaum bewegen. Mann ey. Oh, den kriegst du sogar. Ja, da liegt zu viel Stacheldraht. Ich konnte mich kaum bewegen. Ja, hättest du mit V weghauen müssen. Okay. Musst du die Zeit nehmen also mal. Und auch vorrennen bringt auch nix. Ich kenn die Map halt auch überhaupt gar nicht. Ich wusste nicht, wo sie herkommen konnten. Ja, aber trotzdem. Ich kriegst es schön mit dem Schild vor. Du warst weg. Ja. Ja, ihr wart doch zu dritt hinter ihm. Was soll ich denn dann noch als vierter Mann? Das stimmt. Kannst du mal sprichieren. Müsst du eh die Map kennenlernen. Ist auch ihr recht. Bitte lass es nicht. Ich dachte eigentlich, dass ich vielleicht einen Weg von hinten finde. Weißt du, aber hab ich nicht. Also Memo an mich selbst. Du hast diese Granate rein, schießt Dings nur an Fenstern. Bei Türen kannst du vergessen. Die sehen sofort meine Füße und badern durch. Gibt noch ein zweites Memo an dich. Wenn jemand aus dem Team rumliegt, dann aufheben. Ja. Ja. Ich hab das Ding hingesetzt. Warte mal. Nur mit der Tasche. Ihr seid alle weggelaufen. Ja, ich weiß. Hier bei mir war auch eine Tür. Die hättest du auch. Die Störseländer hinstellen können. Ich hab grad hier Störseländer. Ich weiß jetzt selber nicht. Hier mach das mal zu. Da wo die, wo das Ding steht. Da kannst du. Na, warum kann ich das nicht machen? Ich mach hier die Klappe zu. Pass mal auf. Hier. Kommt wer angefahren. Ja. Können wir uns nicht einen um die Dinger? Ja. Ich hab zwei Störseländer. Wenn ich sie treffen würde. Nur noch 10 Sekunden. Ich sag das. Managent, komm rein hier. Oh Helm, komm jetzt rein. Entschuldigung. Da kommt noch ein Fahrzeug. Fahrzeug, Fahrzeug. Ich hab das Fahrzeug. Ich hab das Fahrzeug. So. Sehr gut. Ja, ich möchte hier zumachen und eine Bombe legen. Deswegen. Hier ist immer noch eine. Sehr gut. Wir haben noch eine Rüstung hier, ne? Ich hab noch ein bisschen Stacheldraht, woher ich ihn lasse. Woher Rüstung? Da. Ey, das leckt hier rum, aber ey. Ja. Das ist halt mal laggy Park. Sehen wir einen. Der keinen. Hä? Der niemanden. Ich überwachte die Tür hier oben. Keinen Menschen. Das ist ganz übel. Ich überwachte die Tür drauf. Oh, da oben war grad Staub. Ich denke mal, dass die da bestimmt lang laufen. Können von oben hier über uns, ne? Können direkt rein hier. Chris. Was? Über uns? Ja, über uns. Direkt hier können sie ran. Ich hab was gehört. Ich seh sie. Oh ja, über uns. Ich seh sie. Über uns. Direkt über uns. Seht ihr sie? Ich hab sie markiert. Ja, ja. Ich überwache hier schon den Eingang hier. Die Treppe runter. Was? Über uns? Ich seh die nicht. Die Markierung. Ganz oben. Geh mal weg, Chris. Geh da mal weg. Okay, was heißt zwei Körper? Ich schmeiß da jetzt C4 dran. 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 Die latschen oben durch die Gänge. Die kommen nicht rein. Die sind am suchen. Die wissen ja nicht wo die Bombe sind. Die haben sie nicht lokalisiert. Die Stillsender waren gut platziert. Sehr gut. Kannst du direkt merken. Gletsch, gletsch auf die Schulter. Kann jetzt grad nicht von der Maus weg. Bei uns kommt was. Oh, Vorsicht. Bei der Helm. Ich bin tot. Toll. Fuck. Naja. Da sind zwei Stück. Oh nein. Boah, do it. Einer lebt noch. Ich brauch Hilfe. Ja, der Chrisplay braucht Hilfe. Nur noch der eine Agent ist da und der macht gar nichts. Ja toll. Boah, der hat einfach blind geschossen und hat mich auf die Zöne scheiße. Arno, Arno. Okay, er kommt, er kommt. Arno, komm. So, und jetzt. Okay, Chris zu mir. Oder Arno macht das schon. Ich habe ein Nest hier platziert. Vielleicht sind noch zwei von denen. Wir sind noch drei ey, komm, das ist machbar. Ja. Eigentlich. Meister, ich hab das nicht. Du hast einfach eine Granate dahin und wenn sie kommen, kannst du zünden. Ich bereite ein Nestchen vor. Ah. Der wirft hier. Ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Das ist doch ein riesen Dampflinge. Ich markiere gerade zwei. Ich sehe sie. Wo sind sie denn? Ach, da. Okay. So, da wo sie vorher lag, lag sie sogar besser. Weißt du warum? Ja, weil da können sie sie abschießen. Stimmt. Ich mache eine neue Markierung. Ich schupe da halt immer. Was machen die denn da hinten? Die wissen nicht, wo das ist? Die wissen nicht, wo das ist? Nee, ich markiere gerade. Ich markiere gerade. Wie blöd, wenn die nicht wissen, wie das ist. Die haben doch hier gerade geschossen. Ja, die waren aber ganz anders. Bei mir kommt was hier? Hörse rumlaufen. Ja, ich habe sie markiert. Ich habe sie markiert. Sehr gut. Kommt, eine kommt zurück. Einer ist bei der Tür. Das finde ich geil, dass du hier auch, weil du tot bist. Auch was machen kannst. Du bist echt nicht nutzlos. Du bist sogar sehr wehfert. Das ist auch sehr gut. Direkt durch die Tür. Direkt die Füße weggeknallt. So, und der andere ist rechts von dir rumgelaufen. Ich kann jetzt nicht sagen, der kommt auch an die Tür. Der guckt jetzt auf die Tür. Warte, ich sag wann. Der guckt noch drauf. Geh zurück, geh zurück. Ich jetzt? Er hat irgendwas hingeschmissen. Ja, du. Er schießt durch, er schießt durch. Jetzt lädt er nach. Nee, warte. Er legt sich dahin. Er legt sich dahin. Lad du nach. Ja, der Kollege. Und guck auf den Eingang. Pass auf. Er kommt jetzt langsam angelatscht. Ich sag wann. Nein, nein, er schießt da rum wie ein blöder. Jetzt kommt er langsam um die Ecke. Ja, der Kollege läuft hier rum. Warte, ich lass den Kollegen warten. Komm her, komm her, komm her. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wieso krieg ich den Kill nicht, Alter? Ich bin von hinten gekommen und hab mich weggeballert eigentlich. Ah, okay. Scheiße. Das war sehr schön. Ausgeglichen. Auf jeden Fall cool. Wenigstens das. Wenigstens das. Ja, 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 ja. Ich finde der Kollege direkt blöd verregt am Anfang, dass der Typ dann das Ding durch die Wand gehämmert hat. Ich erkunde immer zu viel. Aber es ließ sich auch viel besser verteidigen. Achso. Achso. Dann nehmen wir drücken, ne? Ja, hab ich vergessen. Ja, hab ich vergessen. Ich hab auf jeden Fall schon mal zwei sehr gute für mich gefunden, sag ich mal. Charaktere? Ja. Der Orgel hat die Dinger super gesetzt. Ne, Operators heißt die ja. Genau, Operators. Ah, geht da, ich fahr hoch. Ich verkrisple hinterher, was recht doof ist. Aber ich muss aber auch sagen, der leckt da sowieso vor mir hin. Also ich seh's gar nicht richtig, wie da hinfährt. Ich hör sie brüllen. Die werden oben sein. Ah, unten ist nichts. Unten war Gabax auch. Ja, unten im Keller ist nichts. Wir müssen hoch. Ich find hier nichts, wo man hoch fährt. Hä, ich find hier aber auch grad. Oben ist auch nichts. Ich hab Köpfchen, ne doch nicht. Vielleicht ein anderes Gebäude? Ne, ich hab's ja gehört. Oh, ich hab hier jemand. Ich hab die Bombe, ich hab die Bombe, ich hab die Bombe, ich hab die Bombe, ich hab die Bombe. Ne, geil. Gut gemacht, gut gemacht, super gemacht. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut. Sehr schön. Sehr schön, so. So, ich geh wieder vor und blocke. Zusammen bleiben. Ja, äh. Wohin gehen wir? Geh auf, übers Dach. Ähm, Moment. Wollen wir nicht lieber Zweierteams bilden, damit wir mal von zwei Seiten kommen können? Okay, ihr seid schon da? Ich bin woanders laufen. Okay, dann lauf ich zu Sir Heu, äh, zu Helm. Geht vielleicht, macht ihr da. Geht mir da ran. Geht mir da ran. Ich brauch so'n Ding durch die Scheibe auf jeden Fall. Wenn die da drin sind, oh, das macht so schön. Ich mach mal eben meine Spezialfähigkeit hier. Ja, wie gesagt, ne, wenn ihr, wenn ihr Termin braucht, ich, verstärkte Wände kann ich sprengen. Okay, da ist was. Da piept was. Da piept was? Da piept was? Ich hämmert auf. Ja, ich wollte dir nur den Hammer vor den Kopf hauen. Oh ja. Oh ja. Vorsicht. Ja, da gibst du nicht. Ähm, wartet man kurz nen Moment. Damit wir auch weiterkommen. Du, 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 bam, bam, bam. Boah, wie gell. Einen hab ich. Wir schießen durch die Treppe. Einer hab ich. Zwei hab ich. Bäm. Komm, einer noch. Weißt du, Helben, wie gut das war, dass wir von zwei Seiten gekommen sind? Ich konnte nämlich zwei Leute von der Seite töten. Ja, okay. Das war richtig nice. Wie geil. Gute Runde. Ich hab eigentlich... Ich hab eigentlich... Wie Irren. Ich hab gar nichts. Dieses Bomben-Ding ist so geil. Also Chris... Der einzige, den ich getroffen hab, war Chris Bleibler. Schussrecht. Chris, weißt du, was gerade richtig nice war? Dass ihr da vorne abgelenkt habt, da konnten wir nämlich von der Seite reinstürmen und die von der Seite abknallen. Ja. Ich hab fast gar nichts gemacht. Ja. Diese Dinger durch die Scheiben sind so geil. Die sind Hammer, ne? Und die machen auch bösen Schaden da drin. Bam, bam, bam. Davon hast du zwei Stück. Meinen diese... Nee, bei Geisen nicht. Diese komischen Kugeln? Ja, die Granaten. Ja, ja. Ja, ja. Flup, flup, flup. Ja. Ich hab's schon im eigenen Leibe gemerkt. Jetzt geht's. Wie der Chris das Ding reingemacht hat. Jetzt. Blup, blup, blup. So, ich leg das Ding wieder hin. Oh, scheiße. Was liegt da? Oh, wieder richtig scheiße. So. Ah, ihr könnt's auch wieder unten drunter durchfahren, wa? Ja. Ja, ja, klar. Muss drauf aufpassen. Wohelang können sie die jetzt überall? Boah, das ist übel. Stell hin. Ja, super. Gut. Störsender wird aktiviert. Ja, ich hab langsam nen Dreh raus, wo ich das Scheißzeug hinstellen muss. Da ist zu, hier ist zu. Oh, wei, wei. Es sind aber sehr viele Dinger hier. Ich hab noch ein Störsender, äh, ein Störsender hab ich noch, ja. Ja, macht hier mal die Türen zu, damit ich hier... Vorsicht. Was ist denn Scheiß? Wer schießt denn da? Ja, die hätten sonst die Markierung gekriegt. Ihr das zumachen mal. Ich mach das zu. Ich bin doch aber hier noch draußen. Boah. Das ist mir egal, wir können hier keine Zeit verlieren. Die haben nicht, äh... Das ist hier auch zumachen. Komm rein. Ihr seht diese? Ja, ja, ich seh sie. Guck mal, guckt euch um. Ja. Ich seh sie, ich seh sie. Komm alle aus der Ecke. Ja, klar, aber... Okay, ich schmeiß eine Granate da hin. Was hast du denn da, C4? Ja, ja. Ich könnte halt auch noch eine Giftgranate hinlegen. Egal, ich nehm hier die... Ich mach mal hier noch so ein Ding. Mein Süßes ist platziert. Setze Schild ein! Aber die haben die Bombe nicht gefunden, ne? War vielleicht dumm. Ich setze es mal hier hin. Durch die Sandsäcke können sie nicht durch, oder? Hinter dir, Gabax? Ne. Mist. Oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaub nicht. Weiß ich nicht. Ja, das war ich. Ich guck vorne. Da sind sie. An der Tür. Boah, die haben die Tür selber aufgeschossen. Scheiße. Vorsicht, die schweißen da. Rechts. Hab einen. Von hinten hat's geknallt, irgendwo. Hab noch einen. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Von rechts noch? Ja, ja, rechts die große Tür. Fuck, geht doch mal hier. Ey, ich ploppt einer. Kann mich jemand hier aufhören? Ja, ja, warte. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Boah, was rennt der Kollege denn raus? Alles klar, danke. Granate! Der Helm nicht mehr ins Schussfeld laufen. Okay, sorry. Ich krieg aber auch keine Kamera in der Nähe. Doch, da. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Einer noch. Er kommt. Shit. Kannst du mich aufhören? Hab ihn, hab ihn. Ja, sehr schön. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Ich hab seinen Laserpointer gesehen. Ja, der hat mich schon. Der war gut, Max. Ich hab seinen Laserpointer gesehen. Echt? Ja. Ja, der hat mir genau ins Gesicht geleuchtet. Geil. Yes, gewonnen. Sehr gut. Das war eine schöne Runde. Schöne Runde. Schöne Zeit. Sehr gut. Letzter Mann, auch gut. Geil. Egal. Ja, der klappt schon langsam. Ja. Hat mir riesig Spaß gemacht. Euch auch? Ja, auf jeden Fall. Das ist ausbaufähig aber auch noch. Pass zu Ende, oder? Ja, pass zu Ende. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschau. Tschüss.